Nummer 5 Berlin Der Flughafen Berlin-Tegel musste am Dienstag für rund eine Stunde gesperrt werden. Um 11.30 Uhr wurde der Flugverkehr eingestellt, um die Start- und Landebahn vom Eis zu befreien. 13 Flüge sind in dieser Zeit zum Flughafen Schönefeld umgeleitet worden. Und jetzt zum Ausland. Kopenhagen. Der Klimagipfel in Kopenhagen hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Aus Kopenhagen dazu unser Korrespondent Hans Eisner. Und hier das Wetter. Endlich fängt der Sommer an. Heute war es noch etwas kühl und regnerisch, aber morgen steigen die Temperaturen in ganz Deutschland. Im Norden auf 20 bis 25 Grad, im Süden sind sogar 28 Grad möglich und es bleibt trocken. Die weiteren Aussichten Am Wochenende scheint in ganz Deutschland die Sonne mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Nummer 7 Die Verkehrsmeldungen A3 Frankfurt Richtung Nürnberg Zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Raststätte Würzburg Der gemeldete Stau hat sich aufgelöst. Sie haben freie Fahrt. A8 Salzburg Richtung München Zwischen Bernau am Chiemsee und Fraßdorf 10 Kilometer Stau nach Unfall. Fahren Sie bitte vorsichtig. A9 Nürnberg Richtung Berlin Zwischen Pegnitz und Trockau Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Pfeifen Nummer 8 Liebe Hörer, Silvester feiert Radio Rock FM wieder die große Silvesterparty. Diesmal in Bremen. Wie jedes Jahr mit jeder Menge DJs und Live-Bands. Auf vier Bühnen findet jeder seine Musik. Auf der Rockbühne Live-Musik aus England. Auf der Popbühne legen unsere DJs das Beste aus den letzten Jahren auf. Die Deutsch-Pop-Bühne bietet Musik nur in deutscher Sprache. Und für alle, die es international wollen, die World-Bühne mit Musikern aus Afrika und Asien. Für unsere Hörer verlosen wir Eintrittskarten für die Silvesterparty. Rufen Sie uns an unter 0171 2456113. Die ersten zehn Anrufer gewinnen. Nr. 9 Liebe Hörer, Willkommen zu unserer Sendung Rund ums Auto. Der 30. November ist der letzte Tag, an dem Sie Ihre Kfz-Versicherung für das nächste Jahr wechseln können. Warum gerade Ende November? Die meisten Kfz-Versicherungen laufen bis zum 31.12. Und die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Solange kein besonderer Kündigungsgrund vorliegt. Verpasst man den 30. November, verpasst man also die Möglichkeit, Geld zu sparen. Ende von Teil 2 Kfz-Versicherung Kfz-8 Kfz-4 Kfz-versen Kfz-4 Kfz-4 Kfz-1 Kfz-5 Kfz-4 Kfz-4